Zwölf heilige Tage sind, meistens fängt das mit Heiligenabend an und geht bis Dreikönigstag oder Epiphanien. Und das sind die Rauchnächte, das sind eigentlich die Rauchnächte. Da haben die Hausfrauen dann die alte Oma meistens, haben dann Kräuter gemischt und da gehörte immer das uralte heilige Kraut, Artemisia, also Beifuß dazu, Wacholder auf jeden Fall. Und wahrscheinlich früher auch Mariengras oder Ruchgras und mit der christlichen Kultur kam dann noch Weihrauch dazu. Und so ging man durch den Stall und durch das Haus vom Keller bis zum Dachboden und räucherte das aus. Weihte es, Weihnachten, weihte es. Es ist nicht so sehr, wie man heute liest, ja, Angst vor Dämonen, man räuchert die Dämonen aus. Nicht so sehr, sondern es ist eher ein Weih.